Es sind beeindruckende Bilder aus Peru, eingefangen vermutlich von Amateurfilmern, die das spektakuläre Naturschauspiel zufällig dokumentieren. Es handelt sich offenbar um einen abstürzenden Meteoriten. Am späten Nachmittag schreckte er die Bewohner der Stadt Cusco auf. Cusco liegt in den Anden im Südwesten Perus, ist eine der Hauptattraktionen des Landes und war früher die Hauptstadt des Inka-Reiches. Unklar ist, wo der Meteorit auf die Erde aufgeschlagen ist. Die lokalen Behörden machten dazu bislang keine Angaben. Ebenso wenig lässt sich sagen, wie groß das Flugobjekt aus dem All war. Untertitelung bei der Nähe des Niederlande